In den nächsten paar Minuten erfahrt ihr alles über das ägyptische Sonnenrad. Warum es so heißt, kann ich euch nicht sagen. Ich habe es selber in der Schule so gelernt und ich gebe es euch so weiter. Das ägyptische Sonnenrad kommt immer dann zur Anwendung, wenn Aufgaben mit dem Dreisatz gelöst werden sollen. Und das Sonnenrad funktioniert für indirekt und direkt proportionale Zuordnungen. Drei Beispiele habe ich euch mitgebracht, an denen werde ich euch erklären, wie das Ganze funktioniert. In Beispiel 1 berechnen wir, wie viele Stunden 23 Minuten sind. Beispiel 2 macht hungrig, ein Döner kostet 3,60 Euro. Wie viel kosten 4 davon? Und in Beispiel 3 wird ein Loch gegraben, ein Arbeiter benötigt 6 Stunden. Wenn ihm drei Kollegen helfen, wie lange dauert es dann? Und so geht es. Ein Wertepaar ist immer gegeben. In diesem Fall, eine Stunde entspricht 60 Minuten. Nun kommt eine zweite Zeile. Die Zwischenzeile, wie beim Dreisatz, wird ausgelassen. Das heißt, ein weiterer Wert ist gegeben, nämlich 23 Minuten. Und der vierte Wert ist gesucht. Deswegen die Variable x. Nun müssen wir zwei Pfeile einzeichnen. Startpunkt ist immer das x, egal wo es steht. Und der erste Pfeil geht vom x weg. Wichtig dabei auch, nicht über das Istgleich hinweg, sondern auf derselben Seite. Bei einer direktproportionalen Zuordnung gehen wir einfach im Kreis weiter, so wie das Rad sich jetzt auch dreht. Die Pfeilspitzen gehen also voneinander weg. Wenn ihr soweit seid, habt ihr schon das Schwierigste geschafft. x ist gesucht, deswegen x ist gleich und nun ein Bruchstrich. Zunächst schauen wir uns mal die Pfeilspitzen an. Da steht ja jeweils eine Zahl daneben. Und diese beiden Zahlen kommen in den Zähler. Also Pfeilspitze, Zähler. Dort werden sie dann mal genommen. Eine Zahl bleibt übrig. Die am Pfeilende, diese kommt in den Nenner. Pfeilende, also Nenner. Und dann muss ich nur noch den Bruch ausrechnen. In diesem Fall 0,38 gerundet. Das entspricht also 23 Minuten. Beispiel 2. Auch hier eine Aufgabe zur direkten Proportionalität. Das ist zugegebenermaßen sehr einfach, aber um das Sonnenrad zu veranschaulichen, ganz gut geeignet. Der Ansatz, wie gerade eben, ein Wertepaar ist gegeben. Ein Döner entspricht 3,60 Euro. Ein dritter Wert ist auch noch gegeben, nämlich 4. Und ein Wert ist gesucht, der bleibt übrig. Das ist wieder unser x. Ganz wichtig, und das blieb vorher unerwähnt, die gleichen Einheiten müssen immer untereinander stehen. Startpunkt ist wie immer das x. Das muss ich zuerst mal finden. Und von dort geht der erste Pfeil weg. Und zwar auf der gleichen Seite. Da wir direkt proportional unterwegs sind, gehen die Pfeile in dieselbe Richtung. Das heißt, die Pfeilspitzen voneinander weg. Damit ist das Schwierigste bereits wieder geschafft. Wir stellen unseren Bruch auf. x ist gesucht. Wir schauen, wo die Pfeilspitzen sind. Das sind zwei Zahlen. Die kommen in den Zähler, also 4 mal 360. Und das Pfeilende ist dann die übrige Zahl, nämlich die 1. Berechnet ist das Ganze schnell 14,40 Euro. Beispiel 3 ist indirekt proportional. Das heißt ja, wenn ich mehr Arbeiter habe, dann wird die Zeit ja geringer, also umgekehrt proportional. Hier gibt es eine Besonderheit beim Sonnenrad. Der Ansatz noch wie gehabt. Ein Wertepaar ist gegeben. Ein Arbeiter entspricht 6 Stunden. Und ein dritter Wert ist auch noch gegeben. In dem Fall 4 Arbeiter gesucht. Wie viele Stunden brauchen die 4 jetzt nur noch? Auch hier wieder wichtig, Einheit unter Einheit. Hier dürft ihr keinen Mix machen. Begonnen wird auch hier wieder beim x. Der erste Pfeil vom x weg, auf der gleichen Seite. Und jetzt kommt die Besonderheit, da es sich um eine indirekte Proportionalität handelt, gehen die Pfeilspitzen aufeinander zu. Das ist schon der einzige Unterschied. Das heißt, man muss immer überlegen, direkt oder indirekt proportional. Und wenn es indirekt ist, dann gehen die Pfeilspitzen aufeinander zu. Der Rest, wie gehabt, die beiden Pfeilspitzen in den Zähler, also 6 mal 1 oder 1 mal 6, und das Pfeilende, also die Zahl, die am Pfeilende steht, in den Nenner, dem Pfeil die 4. Und als Ergebnis haben wir 1,5. Nochmal das Wichtigste in Kürze. Beginne immer beim x. Der erste Pfeil geht vom x weg. Bei der direkten Proportionalität gehen die Pfeilspitzen voneinander weg. Bei der indirekten Proportionalität gehen sie aufeinander zu. Stelle den Bruch auf. x ist gleich. Die beiden Pfeilspitzen, also die Zahlen, die bei den Pfeilspitzen stehen, werden im Zähler mal genommen. Die Zahl am Pfeilende kommt in den Nenner. Und jetzt nochmal unsere drei Beispiele im Schnelldurchlauf. Und nicht vergessen, gleiche Einheiten immer untereinander. Und nicht vergessen, wenn wir die Frage ten, wir uns dafür daten, gehtFEilende. Vielen Dank.